hallo da ich selber leider wenig informationen finden konnte habe ich hier ein kurzes video zur güde gtb 20 schrägstrich 812 tischbohrmaschinen zusammengestellt die technischen spezifikationen findet ihr in der beschreibung die bohrmaschine kommt in wenigen teilen zerlegt styropor karton und wie bei importen üblich viel viel fett wie bei eigentlich allen importen gibt es keine nacharbeit bei den gussteilen entgradet wurde nicht geschliffen wurde nicht gesenkt wurde nicht lackiert dann als nächstes der tisch und die bodenplatte sind äußerst grob gefräst da ist einmal drüber gegangen worden wahrscheinlich nie geschaut worden ob das dann auch so stimmt was da gemacht wurde die riemenscheiben sind gegossen auch da keinerlei nacharbeit passend dazu sehr grobe sehr feste riemen da empfiehlt es sich die möglichst schnell zu tauschen die säule wie alle banken bauteile eigentlich waren in fett gegossen in mit rostschutz lackiert weiß sie eine wandstärke von nicht einmal 2,5 mm auf was doch sehr gering ist dafür hat sie einen ordentlichen durchmesser mit 100 mm ich habe mit einem einfachen magnetstativ und einer messuhr einige messungen vorgenommen um die genauigkeit und stabilität der maschine zu erahnen zuerst zu der steifigkeit der tisch lässt sich über mehrere achsen verstellen dadurch verliert aber auch ganz schön an stabilität gegenüber der säule hier gemessen bis zu 23 hundertstel bei der güte zeigt es sich warum mit bohrmaschinen nicht gefräst werden sollte die spindel hat voll ausgefahren ein seitwärts spiel zum tisch von bis zu 14 hundertstel und zur säule gemessen bis zu neun hundertstel wenn man dazu jetzt noch die verwendung vom tisch zur säule mit dazu addiert dann kann da kein sauberes ergebnis bei rauskommen die spindel hat auch spiel in der hubbewegung dieses aber so gravierend dass ich es nicht gemessen habe mit der messuhr das sollte allerdings wenn dann nur die bohrtiefe beeinflussen der interessanteste wert für eine bohrmaschine ist wahrscheinlich die rundlaufgenauigkeit hier habe ich mehrere messvorgänge gemacht einmal im inneren des mk2 konus der spindel selber da ist es tatsächlich sehr erstaunlich nur zwei hundertstel zum tisch das ist besser als die meisten konkurrenten sogar garantieren wenn ich da an optimum denke die garantieren dreihundertstel und können es wahrscheinlich meistens nicht halten ich hoffe mal dass das standard ist ich gehe mal eher davon aus dass ich glück hatte leider ändert sich das drastisch wenn man das mitgelieferte schnellspann bohrfutter und den kegel dann nutzt das bohrfutter kann nicht wie ausgewiesen bohrer kleiner drei millimeter fest spannen diese tränen durch immer es hat auch eine abweichung in der achse von sage und schreibe 36 hundertstel ist also schrott abwerk ich würde empfehlen gleich von vornherein da für einen besseren kegeldorn und ein besseres schnellspann bohrfutter noch mal so etwa 70 euro für die gesamtinvestition mit ein zu planen gemessen habe ich das ganze mit einer zehn millimeter silberstahl achse welche ich in das bohrfutter eingespannt habe das bohrfutter hat eine b16 aufnahme das heißt der kegeldorn ist mk2 auf b16 vielleicht taugt er sogar was den habe ich jetzt gar nicht einzeln nachgemessen spindeln mit bohrfutter haben eine seitliche abweichung von bis zu dreißig hundertstel über den gesamten hubweg welcher 80 millimeter beträgt 80 millimeter ist ganz ordentlich für eine tischmaschine dreißig hundertstel ist natürlich sehr ungenau zum schluss noch ein schneller tipp für diese und baugleiche maschinen bei mir war die mit einer mutter gekonterte madenschraube welche für die führung der spindel zuständig ist einfach in das gussteil geknallt da wurde nicht nachgeschaut ob das passt so oder nicht sie saß teilweise schräg dass das gussteil dabei nicht gesprungen ist war wahrscheinlich mehr glück als qualitatives material empfehlen würde ich hier die madenschraube als allererstes zu entfernen nachzuarbeiten zumindest die riefen zu entfernen die durch das unsachgemäße verarbeiten entstanden sind bei mir ist leider ein kleiner schaden an der spindel zurückgeblieben dieser äußert sich zum glück nicht im bohrverhalten verhalten auf jeden fall als allererstes diese schraube entfernen nacharbeiten und dann beim wieder einbauen immer wieder die spindel bewegen damit man merkt wann ist die schraube fest genug angezogen wann hat die spindel noch spiel wann ist sie zu fest so das war es soweit ich hoffe ich konnte euch ein paar infos zu der güte gtb 20 812 mit geben ich werde mich das nächste mal voraussichtlich mit einer metabo kapsäge melden und weitere andere maschinen folgen danke fürs zuschauen